Hallo! Alle eingeschriebenen Studenten einer Hochschule wählen aus ihrer Mitte Vertreter für ihre Rechte und Interessen gegenüber der Hochschulleitung. Diese Vertreter bilden das Studierendenparlament, kurz STUPA, und dieses Gremium wählt den Allgemeinen Studierendenausschuss, kurz ASTA, in manchen Bundesländern auch Studentenrat genannt, also eine Art studentische Regierung. Kern eines ASTA an deutschen Hochschulen sind autonome Referate, in denen die Interessen der Studenten nach Themenbereichen organisiert sind. So kümmert sich zum Beispiel das Verkehrsreferat darum, dass man mit einem Semesterticket möglichst weit durch sein Bundesland fahren kann. Andere Referate kümmern sich besonders um die Anliegen von ausländischen Studierenden oder bieten ihren Studierenden eine kostenlose Rechtsberatung durch einen Anwalt an. Eine andere Form der Beteiligung sind die Fachschaften. Hier organisieren sich die Studierenden eines Faches oder eines Fachbereichs.